Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute mit dem Thema das Dschungelcamp 2024. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, es ist heuer die schlechteste Staffel, die es gibt. Die Prüfungen sind teilweise so lala, aber die Kandidaten, und da nenne ich jetzt keine Namen, sind wirklich, ja, da jetzt genauso sechs- oder siebenjährige Kinder eine da kennen. Da hat derselbe Effekt. Manche machen es gut, andere machen es nicht so gut, aber aus meiner Sicht kann ich euch nur sagen, und ich habe da schon mal ein bisschen Erfahrung mit solchen Sachen, was ist ihnen dabei noch eingefallen? Dass ein gewisser Sender provokant ist und recht gern provoziert wie Smile. Die versuchen sich teilweise wirklich den schlechten Ruf, den sie haben, im Dschungelcamp wieder gut zu machen. Entschuldigung, aber manche von denen sollten einmal zum Psychiater gehen. Da sind Leute drinnen, von denen ich bisher noch nie was gehört habe. Es werden manche Dschungelprüfungen abgebrochen wegen Grappelfiecher. Ja, was glauben denn die eigentlich? Sind die der Meinung, das ist ein Arzt streichelt so da drinnen? Bei allem Respekt, den Macher gegenüber. Aber seitdem der kleine Dicke verstorben ist, geht es mit der Sendung bergab. Und ihr wisst es genau, wen ich meine. Und wenn ihr sogar schon seid, der unter Anführungszeichen intelligenten Frau. Die Moderatoren machen das auch so, wie man es gewohnt ist, auf lustig und ernsthaft. Und die Moderatorin an sich, die kenne ich schon, kennen unter Anführungszeichen aus die 80er Jahre und 90er von der Sendung. Und das darf ich jetzt sagen, Hugo. Ja. Den Moderator, der was dort dabei ist, den kennt man auch. Und die Idee ist zwar nicht schlecht von dem Ganzen und ich finde es auch gut, dass es so lang gelaufen ist. Aber irgendwann einmal reicht es. Ich schaue mir die ganzen Folgen nicht an, sondern nur eine Zusammenfassung von einem bestimmten YouTuber, der das Ganze kommentiert, parodiert und analysiert. Aber dass ich mir da eine ganze Folge anschauen würde, die manches Mal wegen Football auf 33 Minuten verkürzt wird. Nein, danke. Ich habe grundsätzlich nichts gegen die Staffel oder gegen die Sendung. Aber was daraus gemacht haben, als ein Format, das wirklich Comedy war, das ab und zu peinlich war, in der Anfangszeit, wie der Dicke noch dabei war, ich nenne jetzt einfach einmal Dicke, weil er ist eh schon verstorben, da war es noch lustig. Da hat es mir noch getaugt. Aber dann, langsam aber sicher ist mir die Lust daran vergangen. Und eine Sendung möchte ich noch mit euch ansprechen und zwar Reality-Backpacker. Nun, was gibt es dazu zum sagen, ist ganz einfach, es ist lustig. Es ist amüsant und es zeigt auch wieder mal, wer von den Kandidaten unter Anführungszeichen erwachsen ist und ihr psychisch gesehen nur ein kleines Kind ist. In dem Format geht es auch darum, dass die Leute praktisch an irgendeinem Punkt ausgesetzt werden, immer in Zwaradteams und wieder zurück zu einer Villa finden müssen, die mitten auf so einer Insel ist. Achtung, Spoiler-Alarm, in den ersten Folgen wurde schon einmal Geld gestohlen, was auch sehr, sehr viel Zinsstoff sorgt. Was der Sender auch mechert, ist auch verständlich. Ein bisschen Action gehört ja auch mal dazu. Wäre das sonst nichts für das Internet. Nur, bei dieser Sendung, denen glaube ich es. Denen glaube ich, dass kein Drehbuch dahinter ist. Denen kaufe ich es ab. Weil da sind Reality-Stars dabei, die können das nicht spielen. Die stellen sich so ab und zu ein bisschen doof an, ja. Weil manche von denen keinen Kompass lesen können. Aber das gehört halt noch mal dazu. Es gibt Sendungen, da ist nachweislich ein Skript dahinter. Und da sagen dann auch die Leute zwischen den Folgen im Backstage-Bereich, hey, streitet jetzt halt einmal oder was auch immer. Ich weiß ja, wie das abläuft. Nur, wenn ich jetzt Backpackers und das Dschungelcamp vergleichen müsste, dann wäre das auch so, als ob ich die Enterprise A, das Dschungelcamp, im technischen Sinne, mit der Enterprise E vergleichen würde. Das eine ist langweilig, das andere ist technisch gesehen super. Prominente, die sowas machen, also die Backpackers machen, die sich sowas zutrauen, großer Respekt Für das Dschungelcamp habe ich nur zwei Wörter im Endeffekt. Kindergarten Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt's cool und gesund über ein Abo, ein Like und natürlich euren Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder oben, nachdem ihr euch das Video anschaut. Führt euch, euer Mike.